Fünf, drei, zwei und einen Punkt. Und jetzt ist es soweit, wenn das jeweils Cheforganisator dieses zwölften Kladower Hartford-Wochenende hat die Pistole in der Hand. Die letzten fünf Sekunden laufen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020